Warum beschwert er jetzt Hölnbeeren? Vor allem, wo ist er jetzt schon wieder? Ach, da unten. Du bist ein Schwerger, da unten. No fun. At all. Another day, Sifta. My prowess is unmatched. So sie war. My Service Ends! In the name of the Sovereign! My Service Ends! In the name of the Sovereign! I join the Wild Spirits in the name of the Sovereign! At last! At last! In the name of the Sovereign! I join the Wild Spirits in the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! At last! The Wind Lord blesses me! The Wind has failed! I join the Wild Spirits! In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! I join the Wild Spirits! Majesty! The Palace is under seat! My ambition has paid off! My help! My service Ends! The Wild Spirits in the name of the Sovereign! The Wild Spirits in the name of the Sovereign! The Shats' collection! This Wild Spirits is mine! This Wild Spirits is mine! Yeah, I want to go back again! Your Majesty! The Royal Treasury is nearly empty! I believe I have to wait for it to be so long! The Wild Spirits in the Sovereign! The Wild Spirits in the name of the Sovereign! auf einmal killen. Mein Höllenbär ist schwächer als der gegnerische, auch gut. Okay, ich glaube, es kommt wieder ein Helios-Tempel hin. Die Lunards, die wollen nicht und sie sind auch nicht so stark wie Helios. Oh, und den Helios kann ich da oben hinkauen. Komm, jetzt musst du rein bei Colt rauskommen. Oh, der hat das Geld jetzt mal eingesetzt. Warte mal kurz, warum hat der jetzt gar kein Geld mehr? Die Heftung, du nimmst nämlich gerade eben das Geld, das ist ein Bug, oder? Halt! 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 Ich fühle mich unruhig. Halt! Ja, sehr schön. Upgraden tun sie schon mal. Die muss ich jetzt wieder beleben. Die muss ich jetzt wiederholen. Eine Schritt nach vorne. Geht's, wir haben uns! Tax collector! Fire! So sie haben! Ja, man merkt, das ist wirklich weniger geworden am Viehzeug. Ich glaube, selbst die Skelette und Zombies sind stärker. Naja, das war doch nicht wirklich. Ich denke, das war die Westen. All right. Ich sage, das war die Westen. Noriante. Ah! Sochiva. Sochiva. Cast a Lerter. I don't mind. so sie war kaum treff ich noch einmal da ist er weg von unten kommen auch wieder zwei ja mal ziemlich schwache resistenz so viel zur schwachen resistenz du hast hier was gekauft du hast heilträger gekauft die können von mir aus da rumzeigen in der name of the sovereign so ich entlasse die einfach mal ich habe gerade gehört wir haben eine verloren der hat die nein wenn ich die 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 anziehen sich jetzt gerade ganz schön halt so die Wir kommen halt auf keine Art von Unterstützung. Ich speichere hier nochmal. Und dann mache ich folgendes. Ich gebe einfach auf alle drei Tempel. Hohe Belohnungen aus. In der Hoffnung Leute anzulocken, die die einreißen. Während wir... Den Avatar ignorieren. Das ist der Reaktion. Das ist der Reaktion. Wenn wir das so hinkriegen, haben wir die Mission gleich geschafft. Das könnte hier doch knapp werden, gerade wegen dem Tempel hier oben. Fliehen in Terror. Und, und. Fast. Das Problem ist wirklich der Quarm-Tempel hier oben. Okay. Wir versuchen es gleich am Anfang von der nächsten Aufnahmesession nochmal und hoffen einfach, dass es dann klappt. Ich werde erst den Eindruck vom Tempel runterprügeln lassen, also den, der nicht gefallen ist. Und dann die anderen beiden. Sobald der auf einer bestimmten Stufe runtergeprügelt ist. Ja, gut. Also, hier ein Cut. Wir sehen uns gleich wieder. 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 Wir sehen uns gleich wieder.